Nein, das war meine Base und du hast mich angelogen? Dann hast du meine Base zerstört, mich gekillt, nicht töten oder ich report dich. Junge, lass das! Also hier sind die Türe, wenn du ein Geräusch hörst, vom Abbauen, Sneaken. Weil du weißt mal nie, ob das ein Spieler ist. Und wenn du nichts hörst, kannst du machen, was du willst. Aber nicht grieven. Hä, was ist? Ich back, hier kannst du halt in der Kiste. Was ist denn da los? Bitte grieven mal kurz, ich muss hier kurz mein Minecraft neu starten. Weil ich gerade nicht kapiere, was hier los ist. Ey, nicht grieven! Boah, Junge! Ich hasse dich. Ich zeig dich jetzt an. Das ist aufs Segel gar nicht. Ich zeig dich jetzt an wegen, weil du mich... Aus Friedensbruch? Nein! Wegen was dann? Für Anlügen. Für Anlügen? Rufst du jetzt die Polizei an? Mhm. Mach das nicht. Zu spät. Zu spät. Bitte, mach das nicht. Tems, ich habe so fürchterliche Angst, ich bitte dich, hör auf damit. Wenn du die Polizei rufst, rufe ich auch die Polizei an. Ähm, weißt du auch warum? Weil du die Polizei angerufen hast. Hallo, Niklas. Nämlich ist das so, Dems hat mein ganzes Haus zergrieft. Nein. Doch, hast du. Nein, das war meine Base und du hast mich angelogen? Dann hast du meine Base zerstört, mich gekillt. Guck mal, und jetzt fängt er einfach an rumzusteinen. Auf welches Freebild? Ja, Freebild 1. Niklas? Irgendwas ist hier faul. Kenn mich mal, bitte nicht. Niklas, geh mal in Freebild 1 und guck dir mal das an, was die in meiner Base machen. Tepet dich mal. Ey, nicht töten! Ich verstehe das einfach nicht. Der tepet sich hier zu mir. Alles in Ordnung. Und er fängt dann meinen Gas zu zerstören. Ich verstehe es hier nicht. Jetzt habe ich erführt. Nicht töten oder ich report dich. Junge, lass das! Ich habe dich nicht getötet. Das war Notwehr. Doch, das ist meine Base. Nein, das ist nicht. Deine Base ist einfach eine unnötige Schlucht. Digga, geh weg. Sonst bin ich verpflichtet, meine PvP Karate-Skills anzuwenden. Ja, und ich will nicht, dass meine Base immer ver... Boah. Ja, ja, dann faul. Die Base wurde nicht sehr griff, die wurde verschönert. Das war richtig, war echt lustig. Nach circa einer Stunde haben wir uns wieder mit Markus vertragen. Hier ist nochmal ein kleiner Bonus-Clip. Like! Bist du meins? Ja. Ey, nein, nein, nein! Nein! Ey, alles klar. Ey! B- Bitschelo, bitte! Ich habe nichts gemacht. Ey! Äh? Warum hat er uns jetzt... Ich glaube, ich muss den erst mal anzeigen. Like!